Hallo, ich bin ja jetzt hier in der Küche, in so einem Restaurant, da musste ich die ganze Zeit Kartoffeln schälen, das war furchtbar. Das ist nicht mein Ding, also muss ich ehrlich sagen. Dann kam der Chef, hat gefragt, naja, wie es geht, wie es mir gefällt, ich sage, naja, geht so. Und das Restaurant sagt, ja, das ist schön, Speisekarte angeguckt, ja, was gefunden, ich sage, ja, fünf Rechtschreibfehler.